Das ist aber ein Futsal, was wir dazukriegen. Ah ja, voll. Aber nein, 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 das ist der Bot. Schau. Ich meine, das ist der Bot, wurscht. Oh, mir das. Da haben wir wieder so einiges. Da haben wir wieder so einiges. Am Start, oder? Ah, ähm. Ja, im Endeffekt, ja, gehen wir es in Rucksack. Ja, fix. Ui, 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 ja, passt. Rucksack da hinten, na, moin. Aber ist aber eh nicht so hoch gestapelt, also geht es eh. Also für so eine Zertur, ist eh nicht so schwer. Na gut, dann werden wir da gleich mal hinschauen. Oh ja, einmal werden sie uns jetzt fix aufhalten, oh ja. Da, wir hatten jetzt so viel Glück. Einmal werden sie uns jetzt fix aufhalten, wundert. Einmal müssen sie uns sogar mal aufhalten, na moin. Aber ich glaube, aber wir werden es uns safe aufhalten. Was heißt, vielleicht kann man das ja umgehen? Vielleicht kann man das ja um so herum. Was, nicht? Das kann ja möglich sein, dass man auch noch ein bisschen das interessantes Teil von Wiener Straße riehen muss, dass man dann machen könnte. Das wahrscheinlich eher weniger so der Fall sein wie da war. Aber, gerne wohl noch hoffen. Aber, das nehmen wir immer klar. Das nehmen wir immer klar. Fiebst. Das wollen wir sie. Das eine habe ich jetzt ausgelaufen. Ja, bitte. Wow. Das wäre jetzt aber so viel. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Eieieiei. Eieieiei. Da weiß es, lohnt es sich aber auch wirklich gar nicht, auszuzugehen. Ah, das ist aber auch wieder so viel Regen am Start. Aber ich hoffe, dass du damit den Regen das so ein bisschen vermeintest. Ich weiß. Okay. Naja. So richtig vermeint du ihn anscheinend eh nicht. Da kann ich vielleicht gar nicht. Wir müssen dann eh schon schön langsam mit die Richtung. Und irgendwas ist da. Entscheint was Wichtiges. Also irgendwie dieses Facts. Ach so, da muss ich, ja voll, da muss ich auch vorbei schon für sie. Der Fix. Ah, nur schau. Ist schon eh auf Chili gewesen. Oh, immerhin, oder? Der Vor, oder? Das ist so, dass du Meisterbräder hast. Aber man ist ja wenigstens eine gute Abgezündung, doch nun mal. Auf allen Ehrenbasis. Puff. No, geht doch. Geht doch. Oh, was ist denn das halt für ein Fahrzeug? Schöne Form, schöne Form. Sexy. Ein Schleuch. Würde man sagen, bitteschön. Und alles. Wo ist es? Wo ist es? Ja. Ach so. Alter. Richtig. Lost. Ach du Scheiße. Ich hab mir schon fast auch gehabt, dass wir dir irgendwas sammeln müssen oder irgendwas nur in der Richtung. Alter. Falter. Ach du Scheiße. Na jetzt. Fuck, Alter. Oh, Scheiße. Da bin ich nicht im Meier gegangen. Wow, sieh mal einer an. Das ist mehr als genug für uns. Oh, ist sowas von, oder? Oh, ein bisschen mehr Nex-Kinzen. Schon ein bisschen auspucken, ja. Geschwindigkeitsgelände. Jetzt haben wir gleich mal da um einiges gestehen. Ui, jetzt haben wir sogar schon fast vier. Steppert. Ui, ui. Immerhin geht da immer wieder ein bisschen was. Weil, äh, äh, genau ein bisschen. Aber immerhin. Kleine Aufmerksamkeit. Hast du Platz dafür? Ich habe immer für ein Geschenk, aber ich habe immer Platz. Modifizierte Gerarde, Leute. Können wir irgendwann einmal gebrauchen. Ja, fix. Irgendwann können wir es fix gebrauchen. Hundertprozent. Ich will nur sagen, schauen wir so, wie können wir die nächsten Missionen haben, was wir da haben, am Start. Pass auf, was denn da überhaupt für uns? Was wir da überhaupt nehmen können.